Dr. Nose-Elite-Truppen Und zwar beträchtlich mehr, wenn das Schild direkt getroffen wird. Sie können dies für den Nahkampf nutzen, denn nur ein einziger Treffer führt zur sofortigen Entladung des gesamten Schildes auf das Opfer in ihrer Nähe. Es ist ein wirklich mächtiges Instrument. Setzen Sie es klug ein. Um den Omen vor Dr. No zu schützen, habe ich ihn in den sichersten Tresorraum geschafft. Unter meinem Casino in Las Vegas. Allerdings haben meine Spione die Verräterin Xenia Onertrop aufgespürt. Sie kann nur aus einem Grund da sein. Um den Omen zu stehlen. Bis sie da sind, hat sie wahrscheinlich schon längst angegriffen. Ich höre gerade Dr. Nose-Frequenz ab. Anscheinend spielt sich alles auf den untersten Etagen ab. Beim Tresorraum. Hotjob ist bereits am Boden. Sie können am schnellsten durch die Sky-Lounge reihen. Sie müssen sich von dort nach unten vorkennen. Die Probe muss um jeden Preis geschützt werden. Hm, Goldfingers neuer Cowboy. Sie sterben zu sehen wird mir sehr großes Verknicken bereiten. Goldheim, dass wir nicht hier noch decken, um ein Flugzeug zu beheben. Mit uns vier und drei Flugzeug. Mit uns vier und drei Flugzeug. Abbiegung weiter nach. Los, Eichheiten sind durch den Haupteingang. Sie sind eingedrungen. Nehmen Sie den Lift runter zur Casinoebene. Sie sind eingedrungen. Sie sind eingedrungen. Sie sind eingedrungen. Das war's. 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 Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Was ist das? Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017 im Auftrag des ZDF für funk! 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 Das war's mit ihm. 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 Das war's mit ihm.